Ich heiße Elvira Minor. Ich arbeite hier bei der Wiedergeburt des Luzern als Deutschlehrerin und auch als Methodikerin. Ich bin bei der Wiedergeburt schon seit 17 Jahren lang. Ich bin als Mitglied der Jugendclub Diamant angefangen und dann habe ich meine Kinder in Wunderkind hierhergebracht und seit dem Moment arbeite ich hier auch als Deutschlehrerin für Vorschulkinder. Ich stamme aus einer deutschen Familie. Im Rahmen des Späterausdienersprogramms sind wir im Jahre 2004 nach Deutschland ausgereist. Meine Älteren, die wohnen seit 17 Jahren schon in Deutschland, in Bayern und ich habe mit meinem Mann zurückgekehrt nach Kasachstan. Es ist so, dass in Deutschland war alles super und ist auch alles super, aber mein Mann, der hat hier ein Geschäft und seine Älteren sind auch hier und außerdem fühle ich mich hier in Kasachstan ganz, ganz wohl. Meine Großeltern, die sind aus Volga-Deutschen. Die haben in Engels gewohnt bis zur Mitte August 1941. Die wurden dann nach Sibirien deportiert und dort waren sie in der Trotsarmee geritten. Mit der Lockerung der Regime sind die Familie von meinen Großeltern nach Kasachstan umgezogen und hier haben sie bis zum Tode gewohnt. Mein Vater ist auch in Sibirien gewohnt, im Novosibirsk-Gebiet und seine weitere Schwester, die sind hier in Kasachstan geboren. Ich und mein Bruder, wir sind auch hier in Selina Grande geboren. Und dann später, als die Deutschen angefangen nach Deutschland zu fahren, im Rahmen dieses späterausdienersprogramms, sind wir auch dorthin gefahren. Als ich noch im Diamant war, habe ich hier meinen Ehemann gefunden. Wir haben uns im Diamant kennengelernt. Wir waren das einzige Paar, der aus Diamant noch eine Familie geworden ist. Und hier sind unsere drei Kinder, Maximilian, Matthias und Michael. Die sind in Deutschland auch geboren, in München und deswegen sind diese schönen bayerischen Namen. Aus diesem Grund so, weil Maximilian ist auch als Maxim, Matthias als Matvei, aber er mochte es auch nicht so gern. Und Michael wird hier in Kasachstan auch ganz gern Mischa genannt. Die sind leider nicht bilinguale Kinder sozusagen. Bei uns wird in Familie nur Russisch gesprochen. Aber ich würde gerne sagen, dass sie aus einer multikulturellen Familie stammen, weil die fühlen sich ganz wohl in Deutschland. Also Kasachstan ist sozusagen Heimat für meine Kinder. Und wenn wir für lange Reise in Deutschland sind, wollen sie immer wieder zurück nach Hause, nach Kasachstan. In meiner Familie hatten wir, weiß ich nicht warum, keine deutschen Traditionen. Also mein Vater hat mit uns nie Deutsch gesprochen und wir haben auch nicht Weihnachten gefeiert. Als ich erwachsen geworden bin, habe ich mich öfters für die deutsche Kultur interessiert. Und ich habe selbst die Sprache gelernt, ich habe selbst die Wiedergeburt gefunden. Und seit dem Moment haben wir angefangen, deutsche Feste zu feiern, deutsche Gerichte zu kochen. Die Gerichte, die waren allmählich schon in unserer Familie, aber jetzt momentan, meine Kinder, die kennen ganz gut die deutsche Küche. Strudel, Apfelkuchen, Plätzchen, Bratefel mit Gans zum St. Martin. Sie kennen das von mir aus. Was die Feiertage angeht, wir feiern alle Feiertage, russische, kasachische und auch die deutsche. Wir fangen mit Weihnachten, dann kommt Silvester, dann kommt Ostern, orthodoxische und auch katholische. Dann kommt Erntedankfest, St. Martin und alles, alles, alles Mögliche. Die kasachischen wie Nauris und 8. Mest, das feiern wir in unserer Familie alle Feiertage immer. Es ist wirklich so, dass ich in meinem Leben viele Dinge gleichzeitig machen sollte. Ich schlafe auch ganz wenig und deswegen schaffe ich viele Dinge. Also diese Energie, die ich habe, die kommt natürlich aus der Familie. Ich habe natürlich meinen Ehemann, der mir gerne hilft, weil ich mache jetzt auch Studium, ich arbeite, ich lehre die Kinder, ich mache auch Besuche und so weiter und so fort. Das muss ich natürlich mit Hilfe meiner Familie machen. Bis zum nächsten Mal.